Moin und herzlich willkommen zu Folge 407 von und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinem-Podcast Episode 477. Eben hast du zuerst die Nummer gesagt. Ja, richtig. Du hast mich ausgetrickst. Ich hab dich ausgetrickst. Du hast eben nur angetäuscht und hast so Moin und herzlich willkommen zu 4.475. Folge von Giesch und Jörn Schaas Feinem-Podcast. Der ist das auch. Wir haben Sachen zu besprechen, aber erst später. Ich wollte noch über die Arbeit sprechen. Wir haben Sachen zu besprechen, aber was macht man im Podcast, wenn man nicht Sachen bespricht? Wir machen jetzt zehn Minuten Stille. Wir gemeinsam haben Sachen zu besprechen, aber das kommt später, weil vorher noch was anderes dran ist. Ich bin jetzt also nur zum Zuhören erstmal hier? Für einen kurzen Moment. Mal gucken, ob du das schaffst. Es war keine Zeit für Golf, denn an den Tagen, wo ich Zeit für Golf gehabt hätte, war irgendwas anderes und deswegen ging es nicht. Aber gearbeitet habe ich auch. Donnerstag war ich zum Beispiel in Kiel. Ich hatte wieder Bürotag und bin ganz aufregend mit dem Zug nach Kiel angereist. Warum ist das aufregend, Jörn? Das hast du schon oft gemacht. Ja, das habe ich schon oft gemacht, aber am Donnerstag war immer noch Baustelle zwischen der Haltestelle Citypark und dem Hauptbahnhof und deswegen fuhr mein Zug nur bis zum Citypark und ich hätte in einen Schienenersatzverkehrbus umsteigen müssen, wollte ich aber nicht, weil das Wetter nämlich so gut war, habe ich mir ein Live-Fahrrad genommen und bin vom Citypark zum Büro. Bist du? Das hast du gar nicht erzählt. Ja. Und vorhin warst du noch so, ah nee, Fahrradfahren. Ja, es ging im Wesentlichen bergab. Ja, aber wenn du ein E-Bike hast, dann ist es immer. Das war ja kein E-Bike. Ich meine ja perspektivisch für uns. Ach so. Weil ich vorhin gesagt habe, wir sollten mehr Fahrrad fahren. Ja. Und dann habe ich gedacht, auf dem Rückweg geht es ja im Wesentlichen bergauf, nehme ich doch den Schienenersatzverkehrbus, der am Hauptbahnhof in Kiel an der Kaisertreppe abfahren sollte. Da kam aber nichts. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, dann gehe ich jetzt also zur Mietfahrradstation und quäle mich den Berg hoch. Dann fiel mir auf, hast ja ein 49-Euro-Ticket, kannst ja einfach den normalen Linienbus zum Citypark nehmen. Und so habe ich das dann gelöst. Darf ich was sagen? Unbedingt. Also alle Süddeutschen, die auch Kiel kennen, vor denen ist es jetzt ganz schön peinlich, davon zu reden, dass du dich in Kiel einen Berg hoch quälst. Entschuldigung, die europäische Wasserscheide verläuft durch Kiel. Weil nämlich in Kiel so eine Art, ja wie so ein Bergrücken ist und alles, was westlich von diesem Bergrücken, und man kann das auf einem Straßenzug. Wie viel Meter ist es ungefähr? 20. Bitte. Wahrscheinlich sogar ein bisschen 25, wahrscheinlich auch, bis man ganz oben ist. Auf eine Strecke von. Es ist enorm. Es gibt keine Berge. Am Freitag war ich in Bad Segeberg, weil die KM-Spiele die Pressekonferenz veranstaltet haben zur aktuellen Spielzeit. Ich werde zwei Beiträge dazu machen. Da geht es dann um die Diskussion, um kulturelle Aneignung und Rassismus und wie die damit umgehen. Und ich habe in der Vorbereitung dazu den Podcast Windetur ist kein Apache gehört. Und es ist kompliziert. Weil ich immer noch keine wirklich greifbare Haltung dazu habe. Ob er jetzt ein Apache ist oder nicht? Nee, ob man Windetur heute so noch zeigen darf, wie man das bisher gemacht hat. Man darf, aber auch man. Genau, richtig. Ob man es sollte. Und diesen Podcast, der ist entstanden im Auftrag von MDR Kultur, von jemandem, der seit 30 Jahren Karl May spielt in Bischofswerda. Ja, es ist halt eine öffentlich-rechtliche Podcast-Produktion. Also sie ist sehr aufwendig. Sie ist sehr gut recherchiert. Die haben richtig viel Zeit sich genommen und sind quer durch Deutschland gefahren für ihre Recherchen. Und dann sitzen sie halt zu zweit im Studio und unterhalten sich über ihre Recherchen, präsentieren das auch gut, aber sie haben dann so geskriptete Interaktionsszenen. Also wenn die beiden sich miteinander unterhalten und so rumscherzen, das ist hörbar abgelesen. Das finde ich schon schwierig. So, aber jetzt fängt der Teil an, wo wir langsam zusammenreden. Hallo. Denn am Samstag waren wir ja nach Friedrichskoog gefahren und haben Menschen die Seehundstation gezeigt. Ach, ich dachte, wir reden über Kirchentag. Ja, auch, aber du warst ja auch mit in Friedrichskoog. Warum soll ich denn jetzt nur über Friedrichskoog erzählen und du hältst die Klappe? Das betrifft mir sowieso. Nee. Ach, da steht auch Kirchentag da drunter. Wie war es für Gesche und so. Ja, aber jetzt sind wir in Friedrichskoog inhaltlich und gedanklich auch. Robbenbabys. Süß. Ja, wie war es? Es gibt eine neue Ausstellung, hast du erzählt. Ich war ja draußen. Wissen alle, hören denn, was Friedrichskoog ist? Ja, wir haben schon mehrfach im Podcast auch darüber gesprochen. Es gab sogar Fotos und Schilderungen von Auswilderungen, die ich mitbesucht habe. Also das setzen wir voraus. Und da sind keine Hunde erlaubt, deswegen bin ich mit Lexi draußen geblieben. Nur Seehunde. Nur Seehunde sind da erlaubt. Keine Landhunde. Und Kegelrobben auch. Und da waren Robbenbabys und es gibt eine neue Ausstellung. Oh, die Robbenbabys waren einfach extrem niedlich. Ich weiß nicht, wie Lebewesen einfach so niedlich sein können. Die haben einfach sehr kleine Köppe und im Verhältnis ziemlich große Augen. Meinst du einfach Kindchen, Schema? Ja, voll. Die hat reingekickt einfach. Gut, die waren so süß. Die waren richtig viele. In vier Aufzuchtsbecken waren einfach so Robbenbabys. Die haben so rumgelegen und dann sind sie so geschwommen und sind wieder an Land gerobbt. Dann einmal haben die so wie in so einem Kreis gelegen, alle so auf der Seite, so in der Sonne und haben so gechillt. Das war so süß. Super. Ich finde jedes Mal in Friedrichskog, bin ich total beeindruckt, wie toll die Mitarbeitenden da sind. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind auch viele FÖJler und so, die einfach mega freundlich und aufmerksam sind. Und wir standen dann an dem, es gibt ja ein großes Becken, wo Robben sind, die da einfach nicht mehr ausgewildert werden konnten, die da für immer wohnen quasi. Und da ging quasi eine von den Mitarbeiterinnen gerade an uns vorbei und ich sagte zu Eugenia, ich glaube, es gibt nur eine Kegelrobbe hier. Weil wir waren immer so ein bisschen am, okay, wie unterscheidet man Seehunde und Kegelrobben? Ich finde es relativ einfach. Ich finde es meistens relativ einfach. Ja, ich auch. Bei manchen Perspektiven auf Fotos. Jungtiere finde ich auch nicht so ganz. Wir hatten einige Bilder von Jungtieren, von Kegelrobben. Naja, aber es war ja noch eine Freundin von uns mit dabei und die hatte irgendwie die ganze Zeit Probleme, die auseinanderzuhalten, was jetzt eine Kegelrobbe ist und was ein Seehund. Und dann sagte ich so, ja, ich glaube, hier im Becken ist nur eine Kegelrobbe und der Rest ist Seehunde. Und die Mitarbeiterinnen gleich zum Vorbeigehen, ja, genau, das ist richtig, hier, die da und da liegt, das ist die Kegelrobbe. Und die sind da einfach super aufmerksam und nett und nehmen sich Zeit und erklären einem alles, wenn man das möchte. Und genau, das letzte Mal, als ich da war, war diese Ausstellung da noch, also in Teilen, oben, glaube ich, dieser kleinere Teil schon und hier bis unten einfach so eine große Halle. Ja, also auf den ersten Blick ist es gar nicht so wahnsinnig riesig, aber es ist ganz, finde ich, ja, hübsch gemacht, ästhetisch ansprechend, haben so große, die Bilder halt auch so Stoffbahnen oder, ja, wie nennt man das so, gedruckt, die von der Decke runterhängen und im ganzen Raum verteilt sind, so, was es einfach schon mal sehr hübsch macht. Und dann ist es, ja, einfach so ein tolles, großes Infozentrum mit Animationen und Bildschirmen und kleinen Puzzlespielen, wo man die Ernährungspyramide hin puzzeln kann mit dem pflanzlichen Plankton und Zooplankton und wer was frisst. Und da gibt es noch so einen Filmraum oder so einen kleinen Kinosaal quasi, wo man aus mehreren Infofilmen auswählen kann. Und da haben wir den Film über die Auswilderung vom Seehund Matti geguckt, wo dann viel erklärt wurde, auch über die Seehundstation und gezeigt wurde, wie die mit Schläuchen gefüttert werden und so weiter und diese ganzen Sachen. Dann hatten wir noch Glück, um 17.30 Uhr war noch die Fütterung von den großen Seehunden. Da haben die ganz viel auch nochmal erklärt, dass die da ja auch quasi an denen forschen. Auch, das fand ich witzig, das wurde auch im Film gezeigt, dass die mit so einem Seehund geübt haben, den Kopfhörer aufzusetzen. Ach. Für, ha, jetzt habe ich schon wieder vergessen, worum das ging. Wahrscheinlich ums Hörvermögen. Ja, aber. Oder Musikgeschmack. Vielleicht im, ja, vielleicht Musikgeschmack. Gab es doch bei Kühen mal, ne? Ja. Haben die nicht bei Kühen mal rausgefunden, weil man eine klassische Musik spielt, dass die dann mehr Milch geben oder so? Ja, das ist richtig. Und Haie mögen Heavy Metal. Okay. Ja. Ich kann das sein, dass es da um die Einflüsse von den Geräuschen, von den Windparks ging oder so. Mutmaßlich. Meereslärm liegt ja nahe. Ja. Ich weiß nicht mehr genau was, aber das fand ich eben auch nochmal ganz, ganz cool zu sehen, dass die halt auch mit den Tieren, die halt da bleiben müssen, die quasi, ja, ihren Artgenossen helfen dafür, dass sie, dass an ihnen geforscht wird. Und das hat ja, ja, das kennt man ja eigentlich auch so mit jeder Fütterung, dann nochmal so die medizinische Untersuchung geübt wird und so weiter. Das war alles ganz schön. Ja. Und dann sind wir weitergefahren nach Elpersbütteler Deich, weil es da nämlich das Ding am Deich gibt. Das ist ein, ja, so ein kleines Restaurant, sieht so ein bisschen aus wie ein Strandkiosk, aber man kann da richtig gut essen. Fancy. Ja. Und das haben wir noch gemacht mit Abendessen am Ding am Deich und nochmal kurz aufs Watt gucken und dann ging es nach Hause. Und jetzt kommen wir thematisch dahin, wo quasi deine Anwesenheit bestellt worden ist. Denn dein Fazit für den Kirchentag, das fehlte ja noch in der Ausgabe von der vergangenen Woche. War gut gewesen. Gut. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Also jetzt kommt der Punkt, auf den ich mich hätte vorbereiten sollen. Ja. Können. Sollen ist ja. Gloria, Gloria Blau. Der Name der Sängerin, von der ich ein Konzert besucht habe, wo leider nur zehn Menschen saßen in dieser Baptistenkirche. Und es war wunderschön. Es war einfach so, so großartig. Und googelt die doch mal. Hört euch da doch, hört euch da mal ein bisschen rein. Ich werde sogar so weit gehen, ich setze einen Link in die Shownotes. Wow. Bamsen. Krass. Ja, es war, also Kirchentag war einfach großartig. Ich habe mich gefreut, Leute aus der Theobubble zu treffen, die ich zum größten Teil vorher nur halt über Twitter kannte. Zwei von den ganz großen Podien mitgemacht, was ich dann auch wieder besonders interessant fand. Das Klimapodium, das hat glaube ich auch, ja, ich glaube es hat auch in der Presseberichterstattung mit, abgesehen vom Abschlussgottesdienst, über den wir vielleicht auch nochmal reden können. Und glaube ich, das Klimapodium mit Habeck mit der meisten Aufmerksamkeit bekommen. Das fand ich schon sehr interessant, da zu sitzen, sich in zwei Stunden, wie ich finde, wirklich gute Veranstaltungen anzuhören, anzugucken und dann zu sehen, was die Medien daraus machen. Ja, da warst du ein bisschen empört, ne? Ja, da Habeck einmal gegen Last Generation da ausgeholt hat. Und das war halt eine Minute von einer Zwei-Stunden-Veranstaltung. Mit wirklich zum Teil differenzierten Austausch und so. Und das war dann das, wo sich alle natürlich drauf gestürzt haben. Das, ja, es ist schade irgendwie. Und dieses ganze Ding wirft aber dann aber auch so Fragen auf, wie funktioniert eigentlich Aufmerksamkeitsökonomie? Und wie ist es gut auch für uns als Kirchen sich zu verhalten, ja, gegenüber Medien oder überhaupt, wie wirken wir in der Öffentlichkeit? Kann man das irgendwie, kann man das beeinflussen oder ist es halt so, wie es ist? Weil irgendwie möchte offensichtlich auch kein Medienhaus darüber berichten, dass es da eine zweistündige Debatte gab, wo es einen Impulsvortrag von der Soziologin gab, über wie funktionieren eigentlich gesellschaftliche Umbrüche und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt, ich will jetzt kein Medium da Unrecht tun, aber ich habe davon in keinem Bericht gelesen. Aber alle stürzen sich halt auf so einen Satz. Ja, ist ja die low-hanging fruit. Ist jetzt auch so ein bisschen Medienkritik. Ja, nur zu, immer raus damit. Ne, das ist ja das Einfachste. Du kannst natürlich dir richtig viel Mühe und Arbeit auch machen, indem du eine Zwei-Stunden-Veranstaltung inhaltlich irgendwie zusammenfasst mit dem Ergebnis. Habeck und Klimaaktivisten haben differenziert diskutiert über Maßnahmen oder keine Maßnahmen. Oder du nimmst halt diesen einen Ausschnitt und hast halt sofort eine Schlagzeile. Und wenn man dann vielleicht auch noch in so ein 1,30-Schema reinpassen muss oder vielleicht zwei Minuten, dann ist das halt der einfache Weg sozusagen. Aber Qualitätsjournalismus, darf ich jetzt mal vielleicht an dieser Stelle das Haus, für das du arbeitest, loben. Aber wirklich aus voller Überzeugung, gibt ein, wie ich finde, sehr starkes Interview mit dem Prediger des Abschlussgottesdienstes auf dem Hauptmarkt. Also es gab ja zwei Abschlussgottesdienste des Kirchentages und den einen auf dem Hauptmarkt. Das war der, der eben auch überall oder an vielen Stellen übertragen wurde. Wir haben den auf dem Heimweg im Radio gehört, auf Deutschlandfunk tatsächlich auch. Unter anderem auch im Dortmund. Genau, ich glaube, er wurde im TV, glaube ich, in der ARD übertragen. Genau, da hat Quentin Cesar gepredigt, ein Kollege aus Wiesmoor in Ostfriesland. Hört euch die Predigt an. Die ist, glaube ich, noch verfügbar. Und ich weiß nicht, ob man viel dazu sagen muss, wie schlimm es ist, dass, ja, man kann nichts anderes sagen, als dass es einfach unfassbar schlimm ist, dass der Kollege, der gerade darüber gesprochen hat, dass in Kirche Menschen, People of Color und queere Leute und so weiter und so fort, keine sicheren Orte haben. Und man selber will das eigentlich gar nicht so glauben. Ich bilde mir auch ein, dass meine Gemeinde einigermaßen tolerant oder tolerant ist ja auch schon wieder das falsche Wort eigentlich, denn Tolerare heißt ja aushalten. Das ist eigentlich nicht der richtige Ansatz. So, wir halten aus, dass ihr anders seid. Also, offen, sage ich mal. Also, ich bilde mir ein, dass ich, meine Gemeinde, dass wir das hier so leben, dass Menschen sich sicher und willkommen fühlen. Aber man kann es ja auch nur, man kann es ja nur hoffen und das Beste, ja, daran setzen, dass es so ist. Und leider seine Kritik, die er geäußert hat, es gibt keine sicheren Plätze für uns, also für schwarze Menschen, für Queers und so weiter, in Kirche. Weil direkt dadurch bestätigt wurde, was für einen Shitstorm er bekommen hat und was da für eine Welle von rechts losgetreten wurde. Und auch vom Kirchenrechts, vermute ich, befürchte ich mal. Gutes Interview mit ihm im Deutschlandfunk, das kannst du vielleicht auch verlinken. Finde ich sehr hörenswert, auch theologisch, wie ich finde, nochmal schönere Einordnungen eigentlich als in der Predigt selber. Was heißt es eigentlich, seine Aussage, die ja sehr diskutiert wurde, Gott ist queer. Das war ja für viele dann gleich so ein Buzzword, wo die komplett durchgedreht sind. Er ordnet das da, finde ich, theologisch nochmal sehr schön ein. Genau. Und wo du es gerade ansprichst, wir haben es auf der Rückfahrt gehört. Wie fanden wir die Rückfahrt? Wir sind ja, du warst Samstag noch lange unterwegs. Ich war Samstag bei der Nacht der Lieder mit Clemens Bittlinger, weil kein Kirchentag ohne Clemens Bittlinger. Und mit Maybe Bob, die extrem hervorragendes, qualitatives, geiles A Cappella-Programm machen. Und mit, also ich bin ja manchmal extrem late to the party, aber Gerhard Schöne, unfassbar gut. Unfassbar gut einfach. Der hat auch gleich so eine Rockstar-Attitude irgendwie. Das ist einfach, also das war ein Hammerabend mit den drei Acts auch nacheinander und so. Sehr, sehr cool. Ja, schön. Und dann sind wir morgens relativ früh aufgestanden. Also vor allen Dingen für unsere Verhältnisse sehr früh. Einstellige Uhrzeiten, sage ich nur. Nee, furchtbar. Also selbst ich habe ja teilweise bis um zehn geschlafen. Das hast du auch mal verdient. Ja, und das war aber auch so toll auf dem Campingplatz. Das habe ich letzte Woche schon erzählt, weil da halt wenig Radau war und keine oder wenig Fahrzeugbewegung. Normalerweise hast du es auf Campingplätzen ab morgens um sieben, dass irgendwo Bewegung ist. Leute schrauben mit dem Akkuschrauber die Stützen hoch, schreien sich an, weil sie irgendwie nicht richtig rangiert haben. Und dann läuft halt eine Viertelstunde neben dir irgendwie ein Dieselwohnmobil und die laden noch die letzten Stühle ein, Schrankfächer klappern und, und, und. Und das war da halt nicht, weil ja alle da waren, um beim Kirchentag zu sein. Und das heißt, es war vergleichsweise ruhig, auch tagsüber. Ich hatte ja auch bis abends damit gerechnet, dass es Trommel, Gitarren und Singkreise gibt. Aber das war ja auch nicht. Das fand ja alles in der Stadt statt und nicht auf dem Campingplatz. War ganz gut gewesen. Ja, der Zeltplatz mit den Jugendlichen, der war am anderen Ende vom Campingplatz. Ich weiß nicht, was da so los war. Nee, die waren auch sehr ruhig. Also an den Momenten, wo ich da vorbeigekommen bin zumindest. Wobei Singen und Trommelkreise auf dem Campingplatz auch irgendwie nice gewesen wären. Ja, na klar. Na klar. Und dann sind wir also am Sonntagmorgen einstellig aufgestanden und. Wir sind sogar einstellig losgefahren, oder? Und auch losgefahren, richtig. Wir haben es geschafft, also wir haben gesagt, wir wollen um acht losfahren und waren dann im Endeffekt um halb neun in Bewegung. Wir waren richtig gut in der Zeit. Und sind dann ja mehr oder weniger durchgeballert. Elf Stunden unterwegs, zwölf? Na, wir waren fast genau, also brutto waren es zwölf Stunden Fahrzeit. Aber wir haben natürlich noch Pausen gemacht. Und ein bisschen Stau gehabt, aber gar nicht mehr so viel. Beeindruckend wenig. Also ich hätte mit viel Schlimmerem gerechnet. Das war echt in Ordnung. Also wir waren dann so um, ja, kurz vor halb neun abends zu Hause. Haben dann ja auch nicht mehr viel. Wohnwagen abkoppeln. Aufpassen, dass wir nicht in die Pferdekacke treten von den Leuten, die vom Ringreiten da waren. Krieg ich direkt wieder einen Allmannanfall. Heute war Kinderringreiten bei uns hier, 100 Meter die Straße runter. Und die haben wenige Stunden nach der Veranstaltung, waren alle Pfosten abgeräumt, die Zäune weg, alles weg. Nur eine halbe, dreiviertel Kiste Pferdescheiße, die liegt da immer noch rum. Das verrottet aber. Ja, das verrottet ja auch anders als jetzt von Hunden zum Beispiel. Ja, also wir zahlen halt 60 Euro im Jahr an Hundesteuer dafür, dass wir die Kacke selber aufsammeln. Und dass wir im Zweifelsfall von, das ist ja, das ist mir hier passiert in der Nachbarschaft. Es war im Winter. Ich war mit dem Hund unterwegs und die hat da irgendwo in so ein, wie so eine Art, ja so ein Gartengewächs reingemacht. Und ich stand also schon breitbeinig mit dem Schiedbügel über der einen Hand und der Taschenlampe in der anderen, in gebückter Haltung und auf der Suche nach der Hinterlassenschaft. Häufchen, wo ist das Häufchen? Genau, und dann quatscht mich jemand an, der macht extra das Fenster auf im Wohnzimmer, um mich anzuquatschen. Es wäre schön, wenn das alles aufgesammelt würde. Wenn das alles aufgesammelt würde. Naja gut, aber ich hatte... Dass du dann nicht ein Fetzelchen liegen lässt. Ich habe trotzdem hochgeguckt und gefragt, ob es aussieht, ob ich nach meiner Kontaktlinse suche. Was soll denn sowas? Und dann läufst du da, also meine Güte. Oh Mann. So. Okay, also abgesehen davon, dass ja, wir wissen ja, Hundesteuer ist nicht dafür da und so, weil dann gäbe es mal Mülleimer und Schiedbügelautomaten. Und dann könnte es aber auch eine Pferdesteuer geben. Genau, und das wollte ich gerade sagen. Das ist ja tatsächlich etwas, was auch immer mal wieder gefordert wird. Und wo sie alle auf der Barrikaden gehen. Ja, haben Pferdebesitzer mehr Lobby als Hundebesitzer, ne? Die werden richtig laut. Immer wenn irgendwo im Land... Genau. Danke. So machen die. Wenn irgendwo im Land diskutiert wird über eine Pferdesteuer, dann kommen sofort die PferdebesitzerInnen und Viren. Und Viren. Ja. Gesamtfazit, Kirchentag war geil. Ja. Zehn von zehn, gerne jederzeit wieder. Und schön finde ich aber vor allem, weil ja diese Rückfahrt hin durften wir in zwei Etappen und so, oder konnten wir in zwei Etappen. Insofern finde ich es richtig gut, dass der nächste Kirchentag in Hannover ist. 2025. 2025. Jörn, wir könnten mal so einen Aufruf machen über einen Podcast vielleicht, ob wir Leute in Hannover kennen. Wo wir einen Wohnwagen hinstellen können. Einen Wohnwagen? Oh, das wäre richtig gut. So in der Stadt, am Stadtrand. Ja, oder ich würde auch ein Sofa einfach nehmen. Kennen wir Stadtparkanlieger, wo wir schräg gegenüber... Wie ist denn das Hannover? Ich kenne mich ja gar nicht in Hannover aus, ne? Messe? An der Messe gibt es, also wenn Campingmesse ist, dann gibt es da auch immer einen, nee, das ist in Düsseldorf. Kann man mal verwechseln, ist ganz ähnlich. Ja, also es wird wahrscheinlich an der Messe einen improvisierten Campingplatz geben. Ich würde aber auch... Wir haben mal in Garbsen gestanden. Ja, aber von da kommst du ja nicht, also ich würde ja mit dem Fahrrad gerne... Wir hatten ja die Fahrräder mit, hast du bestimmt letzte Woche schon erzählt. Das war richtig super. Ja, ich würde auch alleine nach Hannover fahren und bei jemandem auf dem Sofa pennen. Also meldet euch mal bitte, wenn ihr in zwei Jahren in Hannover... Wenn ihr wisst, dass ihr in zwei Jahren immer noch in Hannover wohnt. Du, ich glaube Hannover ist so toll, wenn man da jetzt wohnt, dann weiß man auch, dass man da... Ich meine, das ist auf gar keinen Fall ironisch. Mir sagen ganz viele, dass Hannover eine schöne Stadt mit sehr viel Grün sein soll. Ich war da noch nicht lange genug, weil immer nur zur Messe, wenn überhaupt. Ich war zur Expo da. Das ist eine Messe. Okay, also weitere Themen. Diese Episode heißt die Toastbrotverschwörung. Da müssen wir drüber sprechen, denn durch unsere neu entdeckte Liebe zu Käsetoast ist uns aufgefallen, dass in Toastbrotpackungen offensichtlich eine ungerade Anzahl von Toastbrotscheiben enthalten ist. Wer ist uns? Bei mir ist das bis jetzt noch nicht aufgefallen. Wir haben da kürzlich erst, nein nee, das war Eugenia und ich haben darüber gesprochen, dass ständig eine einzelne Scheibe Toastbrot in der Toastbrotpackung da ist. Entschuldigung, aber wenn wir jetzt eine Toastbrotpackung haben, dann nimmt man doch auch mal zwischendurch eine einzelne Scheibe schon raus. Welches kranke Hirn tut denn, sagen wir mal, drei Scheiben Toast in einen Toaster? Nee, aber eine vielleicht. Aber eine ist ja noch schlimmer als drei. Man nimmt doch immer eine gerade Anzahl. Du bist das. Nimmst du dir nicht manchmal eine Scheibe Toast raus und machst dir dann Nutella drauf und klappst die dann zusammen? Leg die aufeinander mit Nutella dazwischen. Normal oder nah? Das bezieht sich auf einen australischen Podcast von zwei Menschen, die auch ihren Podcast bei YouTube in Shortform aufarbeiten und die sind wirklich witzig. Toni und wie heißt er? Ryan? Kann sein, dass er Ryan heißt. Normal oder nah? Eine Scheibe Toastbrot nehmen und Nutella raubschmieren. Normal. Nah. Habe ich jetzt die Verschwörungen damit auflösen können? Ja, dass du das kranke Genie bist, das dafür sorgt, dass ich mehr Toastbrotpackungen kaufen muss, als ich möchte. Jörn, aber du kannst doch auch im Sandwich Maker auch eine Scheibe nehmen und die Klappen. Das ist doch völlig krank. Das ist doch überhaupt nicht legal. Erstmal finde ich es ein bisschen unreflektiert, wie oft du das Wort krank benutzt. Meinetwegen. Okay. Warum denn nicht? Du könntest ja aber auch, wenn du die gleiche Menge an wahlweise Nutella oder Käse auf eine Scheibe Toastbrot tust, die du sonst für zwei Scheiben benutzen würdest, hast du ein echt geiles Verhältnis von Belag zu Brot. Ja, und am Ende ist eine einzelne Scheibe Toastbrot in der Packung. Und dann muss ich eine neue Packung Toastbrot kaufen, damit ich wieder in die Waage komme. Jörn, ich meine doch für dich, wenn das nicht deine erste Wahl wäre, eine Scheibe Toastbrot zu benutzen, könntest du doch aber, wenn du noch eine Scheibe da drin ist, die dann einzeln essen. Ihr müsstet sein Gesichtsausdruck gerade sehen, völlig ratlos, völlig. Ich glaube auch nicht, dass das legal ist. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wir könnten vielleicht einfach wieder immer eine Packung Toastbrot im Gefrierfach haben. Ja, oder ganz viele einzelne Scheiben einfrieren, damit man dann die eine, die fehlt. Ja, du kannst, ja, also was weißt du über Brot eigentlich? Jetzt wird es ja ganz lustig. Wenn du eine Packung Toastbrot einfrierst, das ist ja geschnitten, kannst du doch die ganze Packung einfrieren, das Toastbrot, Toastbrot Baby, das Toastbrot aus dem Gefrierfach nehmen und eine Scheibe davon nehmen und den Rest wieder zurückholen. Ja, außer es packen vier zusammen, das passiert mir auch ganz oft, oder drei. Das kann man so von außen so nehmen und auseinander machen. Da habe ich mir ja richtig wehgetan bei. Das glaube ich nicht. Es ist kompliziert. Sind wir wirklich verheiratet? Ja. Ach, warum? Man kann einfach eine Scheibe, die sind manchmal so zusammen, da muss man die so ein bisschen wie abbrechen und dann kannst du eine, kannst du eine Scheibe in den Toaster tun und den Rest zurück. Was willst du denn machen? Die einzelnen Alufolie einfrieren? Wenn es darum geht, dass du eine einzelne übrige Scheibe Toastbrot in der Packung auszugleichen hast, dann ist das doch wohl die. Ja, aber du kannst dir, du kannst eine Scheibe aus der eingefrorenen Packung nehmen. Ja. Vielleicht geht das. Weitere Themen. Seit diesem Wochenende gibt es einen Direktzug von Schleswig nach Kopenhagen. Oh, wirklich nach Kopenhagen? Ja. Cool. Kann man da mit dem Hund? Wahrscheinlich kann man da mit dem Hund. Und muss man dann, wenn man ein Deutschland-Ticket hat? Ach nee, das ist gar kein Nahverkehr, ne? Du musst ein ICE-Ticket kaufen. Also ich habe mal geguckt, scheißhalber, von hier nach Kopenhagen, also von Schleswig nach Kopenhagen dauert das ungefähr dreieinhalb Stunden und kostet in der ersten Klasse für uns beide, ohne Hund gerechnet, weil man komischerweise bei Bahn.de keinen Hund dazu buchen kann, ungefähr 140 Euro, wenn wir jetzt heute für September buchen. Nein, für uns beide. Für eine Strecke? Ja. Das ist ja, das ist ja total irre, weil bisher musste man über Hamburg fahren. Eben. Steht da. Oder man kann natürlich auch einfach in Kopenhagen einmal umsteigen und in insgesamt vier Stunden in Malmö sein. Ding Dong, Frau Pralinenverkäuferin. Also kannst für wenig, vergleichsweise wenig Fahrzeit, kannst du nämlich deine Pralinenverkäuferin gesuchen. Vier Stunden pro Strecke. Ja. Würde dich safe lohnen, einfach nach Malmö zu fahren und die ganzen Pralinen zu kaufen. Problem ist halt, auf dem Rückweg hättest du die schon alle aufgefuttert. Schwierig. Nee, weißt du was, ich würde mir einfach was zum Stoppen mitnehmen, damit ich nicht die ganzen Pralinen futtere. Ein Bremstoast. Frohes Brot. Natürlich. Ein Bremstoast. Ja, das würdest du machen. Wäre schlau. Und gerade Anzahl, aber immer. Ja, 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 ja. So, nächstes Thema. Ja, City Skylines 2 kommt im Oktober und es gibt einen Gameplay-Trailer. Echt im Oktober schon? Ja, und der sieht fantastisch aus. Ja. Das ist das Spiel, wo du immer sagst, das ist so scheiß langweilig mit dem Straßenbauen. Das ist richtig langweilig. Da gibt's jetzt einen zweiten Teil, der unfassbar gut aussieht. Fast so gut wie du. Ja, richtig. Genau. Weil ich bin eigentlich ja eher so ein Aufbaustrategie-Fan. Aber dann hab ich auch noch den Walkthrough-Trailer von Star Wars Outlaws gesehen. Der sieht auch richtig, richtig toll aus. Aber es sieht eben auch danach aus, als hätte der hohe technische Anforderungen. Und ich frag mich, ob mein PC das schafft. Also die für City Skylines 2 kenne ich jetzt schon. Aber es sieht aus, als würde mein PC das wahrscheinlich schaffen. Aber der andere weiß ich noch nicht. Ich hab's mir sicherheitshalber schon mal bestellt. City Skylines 2. Hier ist nur noch ein Punkt. Jetzt soll ich hier mal Haken hinter machen? Du kannst die ganzen Haken machen, ja. Boah, wenn man einen Haken ranmacht, dann wird das auch durchgestrichen. Wird das durchgestrichen. Super geil. Das ist ja befriedigend. Ja. Ansonsten gibt's noch eine neue Folge Nord-Süd-Gefälle. Habt ihr wahrscheinlich schon alle durchgebinged, denn die ist schon am 15. erschienen. Wie immer. Wie immer. In der Mitte des Monats. Am 15. und 12. Hörst du den Podcast? Wie krass bist du? Was? Hörst du heimlich das, was ich hier produziert? Nein, auf gar keinen Fall. Wusste ich's doch. Worüber habt ihr geredet? Du kannst ja Fragen stellen. Dotti war auf Kreuzfahrt. Das war ein Thema. Wir haben über Urlaube gesprochen insgesamt. Also wir haben auch nochmal Schweden aufgerollt. Okay. Und hatten, weiß ich gar nicht mehr, eine Menge Themen. Auch noch ein bisschen was Alters auf der Liste, weil wir vorher irgendwie dann zwei Monate keine Zeit hatten zum Aufnehmen wegen Arbeit und Leben und so. Ach dieses Leben. So, ich möchte noch einmal sagen, bitte einmal Rückmeldung von euch. Normal or Nah, eine Scheibe Toastbrot. Jetzt kannst du deinen Spruch aufsagen. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass eine Scheibe Toastbrot illegal sein sollte. Wenn ihr das auch so seht, dann schreibt mir einen netten Kommentar. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Soll keiner zurücktreten heute. Nee. Es geht um Toastbrot. Baby. 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 Vielen Dank.